Ich glaube, das Kraut habe ich mitgenommen. Hier kann man die Tür aufmachen. Langsam. Aber da kann man auch... oder? Ne, warte mal. Da vorne steht einer. Der guckt auch in die falsche Richtung. Mal gucken, was er zu meiner Kugel hier sagt. Wenn denn mal die Tante aufhören wird, so zu wackeln. Ja, voll daneben. Und es juckt ihn noch nicht mal. Korrigiere, es juckt ihn voll. Da war noch eine andere Tür mit einer Treppe. Ach so. Willste da lang? Noch genau? Weiß ich nicht. Jetzt macht er wieder seine 80er-Action-Movie-Rolle. Hallo, Junge mit Stock. Weiß ich nicht, ob ich da lang will. Wie kann der noch schießen? Der hat keinen Kopf mehr. Ein Gefühl. Gut, dann guck. Komm schon! Au! Das macht gleich bumm, glaube ich. Oder es brennt nur vor sich hin, das weiß ich jetzt nicht. Wie auf der Granate. Wann steht er nicht? Ich glaub, die brennt er. Was machst du da? Hier sollt alle sterben. Da kommt noch einer. Die Leiter hoch. Ich denke mal, den hast du unter Kontrolle. Ich glaub auch. So, noch eine weitere Tür mit einer Leiter. Welche meintest du denn? Nur der Treppe. Da kamen wir runter. Echt? Ne, wunderbar. Au. Können wir hier nochmal gucken. Abgeschlossen. Die kriegen wir nicht auf. Da liegt übrigens... Nicht die! Hier! Gewehrmunition. Okay, da kommen wir nicht hin. Ich will die Gewehrmunition hier haben. Wieso darf ich die... Och Mensch, ihr seid doch Spielverderber. Soll ich da was kaputt schießen? Ich hab dir die jetzt kaputt gemacht. Das ist sehr... Achso, ich hab hier noch ein Messer. Aha! Kommt richtig auf. Hätte sogar funktioniert. Na gut, dann mal weiter. Hier ist noch Pistolenmunition. Ich komme sofort. Kann die nicht mitnehmen, obwohl meine Pistole leer ist. Das verstehe ich zwar nicht, aber... Hm, ich kann sie auch nicht mitnehmen. So, und dann mal... Ein bisschen Meta machen. Mal runter aufs Schlachtfeld hüpfen. Oh, keiner mehr ist. Ah, nicht tot. Maschinengewehrmunition, aber die kannst du dann vermutlich auch nicht mitnehmen. Uah! Doch, die geht. Oh! Oh, wo ist er hin? Ich glaube, du hast ihn gesprengt. Das ist aber nur so eine Vermutung. Oh! Was war das denn? Der Sterbe. Ey, hier wirft jemand mit Granaten oder schießt mit Granaten. Aber wo? Ja und einfachとう. Oh, das schillt doch niemand. Der Kasteub... Ist... Gefällt mir nicht, wollte ich grade sagen. Ich meine... Wenn hier mal mehr hier... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Kann man wieder hoch? Den Schild-Typ hier hab ich. Okay. Da liegt ein grünes Kraut und ich kann's nicht nehmen. So, den da oben hätt ich auch, aber vielleicht, vielleicht noch 3 Schuss, dann kann ich wieder was aufnehmen. Okay. Kannst du da irgendwas von aufnehmen? Ja. Wovor wir das hier versauern lassen. Ich höre etwas, aber ich seh hier nix. Ui, jetzt seh ich auch einen. Ah, meine Nase juckt. Ja, die alte Krankheit. Hm. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, wir sehen. Mindestens einen. Der ist aber weg. Jetzt fehlt eigentlich immer noch der, der mit den Granaten hier rumwirft, den ich überhaupt nicht sehen kann. Da, oh, sind wir ja schon. Da, oh, sind wir ja schon. Das ist eine dämliche Rolle. Was soll das eigentlich bringen? Ich weiß nicht. So, kombinieren. Da, hin. So, jetzt kann ich auch wieder was aufnehmen. Da, da. Hast du Bistool-Munition? Äh, nee. Ich bin absolut leer. Dann lass ich dir das mal hier liegen. Na gut, dann kann ich die ja gleich reinladen, dann kannst du das Krott mitnehmen. Ach komm, ich ne. Ach, jela. Du hast's. So. Kommt man jetzt da runter? Da kann man runter. Ich glaub, da müssen wir sogar runter. Ah. Ah. Mit wem? Diesen. Ui, 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 ui. Sind da Neutschins? Einer. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Könnt ihr dann? Hab ich Blendgranaten? Natürlich hab ich Blendgranaten. Sehr schön. Oh. Gut. Er hat nur so getan, als ob er tot wäre. Die Sau. Pistolen-Munition. Wollte schon sagen, warum... Warum sind hier manche Leute, die... Ich bin blind. Der aber auch. Huch. Guck mal, da steht noch einer. Flimm. Ehh. Ehh. Oh, die Blendgranaten sind gar nicht mal so schlecht. Oh, okay. Das ist dumm. Wollst du die Pistolen-Munition nicht haben? Ähm. Ich bin voll. Du kannst doch in... Bestimmt... Ne, ich bin voll. Okay. Ja, ist ja gut. Voll bis oben hin. Ne. Aber ich könnte ja mal den hier ausrüsten. Ui. Ich wusste es. Was bist du hässlich. Au. Au. Ich nehm's zurück. Ist ja gut. Ich glaub das war's. Ja. Schön nochmal zwei Schüsse. Schön einfach versemmelt. Aber er muss schon schießen, Munition und so. Aber die Musik ist aus. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kontrollpunkt. So. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Hier haben wir noch. Sprunggewehr-Munition. Rotes Kraut. Hier liegt eine Mine rum. Das heißt nichts Gutes. Na. Äh. Ich hab ein grünes Kraut. Du? Hm. Ähm. Ich weiß warum da eine Mine rumliegt. Mhm. Ja gut. Dann nehmen wir mal den Raketenwerfer. Sag ich schon. Den Granatwerfer. Mit der Blendenanzüge. Puff. Der Junge. Dann müsst ihr den feuchten. Oh. Voll daneben. Haha. In your face. In your face. Granatale. Oh. Oh. Ich glaube mit brutaler Waffengewalt ist gegen den nicht anzukommen. Ah. Kann ihn aber auch nicht bauen. So langsam wie er ist. jetzt direkt explodiert schon feiern also ich glaube das ist wichtig ich glaube das ist wie mit diesem kettensägen mensch da muss man ordentlich draufballern bis er die knie und dann muss man das sind er hat mich nicht getroffen getroffen die musik eine drauf geben So, ich geh mal in Deckung, äh, ich geh nicht in Deckung. Das sollten wir zusammen machen. Oh, sicher jetzt. Gib dir einen Klaps auf die Brust. Deckung? 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 Ja, ist es... Wenn du zu mir kommst, dann mach ich Heilung. Ja, ich bin bei dir aber, er auch. Toll. Gib dir noch mal einen Klaps. Komm hoch. Gib mal hoch. Bist du mit hier hochkommen? Nicht, ich beile mich, ja. Wie? Er schießt auf mich. Na. Guck mal, ist noch ein grünes Kraut. Ja. So, wie... Kommt der auch hier hoch, oder? Ja. Oh! Das sieht so aus, ja. Es gibt nun hier noch eine Mine. Kann ich hier... Ne? Ne, ich bin voll. Hm. Hm. Vorsicht, denn er ist wieder am Ziel. Wir müssen die Mine irgendwo, glaub ich. Hast du die mit? Ja. Kannst die ablegen? Kannst die ablegen? Der steht direkt vor dir. Ich weiß. So, jetzt halte ich breit, wenn er, wenn er in die Mine reinlauft, dass wir nach oben sprinten können. Und ihm einer verpassen können. BAM! Oh. Ja. Hihi. Bin gar nicht da. Ja, schieß es mal. Okay, Mine ist explodiert. Ja, ich hab ihm auch einen Tritt mitgegeben. Ach, kacke. Jetzt komm ich nicht schnell genug hin, glaub ich. Nee. Sag mal, komm. Runder. Nee. Uff. Nee, jetzt... Du sollst... Du bist auch doof, komm ey. Das da kombinieren mit damit und dann das da ausrüsten. Kann ich sagen jetzt... Ich glaube... Er ist tot. Ich hab nur noch einen Schuss. Tanker, Schlüssel, Karte A. Also hier hab ich noch 17... Gut, die hätte ich dir geben können, ne? Die 10. Naja. Komm, erstmal hier, ähm... War noch irgendwo ein rotes Kraut, weißt du das? Ähm... Warte mal, ich glaube weiter hinten... War noch ein rotes Kraut. Ist das? Handgranate. Einfach mal mitnehmen. Hier ist noch ein rotes Kraut. Und... Kombinieren damit... Und dann geh ich mal wieder zu dir. Und dann pumpe ich uns mal mit Medizin voll. Ich komm zu dir. Wir müssen sowieso hier... Darunter! Wir müssen sowieso hier hinten hin, zur Tür. Ach so. Ich wollte doch nur ein bisschen rum gucken. Mhm.